Hallo, hallo, hallo. Heute werde ich meinen Sportvlog wieder joggenderweise absolvieren und ich erkläre gleich, wo ich bin und was ich tue. Toller Übergang. Ich bin heute wieder im Taunus unterwegs bei Niedernhausen, schön im Wald. Joggen der Weise, aber ich will heute nicht nur joggen, sondern ich will auch ein paar Liegestütze zwischendrin machen, weil das Joggen, das langweilt mich dann irgendwann mal auch, wenn man das so am 10., 9.10. mal gemacht hat, einfach, da macht man auch mal was anderes. Deswegen werde ich zwischendurch ein paar Liegestütze einlegen. Das zeige ich natürlich gleich. Also, ich komme hier auf dem Weg, laufe nochmal zwei, drei Kilometer und dann kommt mal ein paar Liegestütze. Bist. Bist. A. Bist. Dist. 30 Liegestütze, mal gemacht kurz und weiter gelaufen. So geht das heute, so geht es heute die ganze Zeit. Mal gucken, ob ich immer 30 hinkriege, aber auf jeden Fall sowas in der Richtung. Okay, zwei Kilometer weiter ist wieder eine Einheit Liegestütze dran. So erstmal gucken, wo es einigermaßen eben ist. Da will ich nicht auf den Steinen das machen, weil hier auf den Waldwegen so viele kleine Mini-Schisssteine gehen auf den Sack. Ah hier, ist ja gut. Das waren auch 30. Jetzt geht es weiter. Jetzt kann ich weiterlaufen. Sehr gut. 60 Liegestütze habe ich schon. Die nächste Einheit Liegestütze ist dran. Ich bin jetzt bei ungefähr 4,5 Kilometern. Da geht es. Drei Schrauben auf. Hier auf der Wiese. Nee, Gras. Und los geht es. Drei Schrauben auf. 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 noch mal 30 das heißt ich bin jetzt bei 90 liegestütze ich bin jetzt bei knapp siebene halb kilometer und merke aber dass wir die arme voll schwer werden nach den 90 liegestütze deswegen setze ich kurz ein bisschen aus und will am ende 120 liegestütze schaffen vielleicht habe ich das mit dem einmaligen 30er gleich mal schauen oder ich muss es zweimal machen 120 sieben hast gehabt und dann habe ich zehn kilometer auch gelaufen das ist das ziel für heute anstrengend ich bin jetzt bei circa neun kilometer und jetzt haben meine arme soweit ein bisschen ausgeruht jetzt suche ich irgendwo eine gute stelle um die nächste einheit liegestütze zu machen sehr gut 35 waren das habe ich meine 125 gemacht wie geil ist das denn und jetzt laufe ich den letzten kilometer noch zurück zum auto super ich bin da 10 kilometer 125 liegestütze alles geil heute das war mein pensum das ich erreichen wollte und jetzt bin ich geschlaucht ich sage cheerio missoviel bis zum nächsten sportvlog wir sehen uns wir sehen uns